Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir dem Herrn gleich. Ja, der Herr sofort muss ja wieder in die Schule. Also müsst ihr heute wieder mal mit mir alleine hier zurechtkommen. So, dann gehen wir doch ganz kurz erstmal in die Kommentare rein. Und der erste Kommentar ist, ähm, ja, ähm. Dazu sage ich, äh, 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 äh. Nächster Kommentar. Aus welchem Bundesleid seid ihr, wenn ich fragen darf? Ja, mir sind aus, also ich, also wenn du das in Bayern sagst, der sagt, du hast ein, hast wohl hier, geschleicht die, ja, also aber es zählt zu Bayern, auch wenn wir uns nicht, also nennen wir es das Frankenland. Ja, also wir sind aus dem Frankenland. So, dann geht's weiter. Nächster Kommentar, was mache ich denn hier überhaupt? So, nächster Kommentar ist, wie seid ihr denn auf den Namen sofort und gleich gekommen? Okay. Also sofort und gleich ist, also der Herr sofort ist mein Sohn. Ich bin der olle Baba, der Herr gleich, der Baba gleich. Und, äh, es ging eigentlich darum, dass, ja, ich nichts auf Anhieb mache, wenn er das so von mir möchte. Also wenn er mit irgendwas kommt, dann sage ich, ja, ja, mach ich gleich, mach ich gleich. Und das kann, dieses mache ich gleich, kann halt dann auch mal eine Stunde oder zwei Stunden später sein. Ja, das ist, ähm, ich bin da, ähm, ein bisschen langsamer. Also, ja, und er ist eben jemand, der Herr sofort, der, bei dem muss das immer razzi-fazi-sofort jetzt gleich gemacht werden. Also, nicht nur jetzt gleich, sondern jetzt sofort gemacht werden. Aus dem Grund kam er dann irgendwann an, hat er gesagt, gleich, gleich, immer nur gleich, gleich, für mich bist du ab sofort nur noch der Herr gleich. Ha? Ich meine, wenn ich der Herr gleich bin, dann bist du der Herr sofort. Immer alles sofort, muss man alles sofort, jetzt und sofort und nun hier und absolut jetzt in dem Moment. Und so sind wir auf den Namen gekommen, sofort und gleich. Also, er als der sofort und ich als der gleich. So, gehen wir in den nächsten Kommentar rein. Dieser Hotride-Hängegleiter ist mal mega cool. Twitch, Husky, da gebe ich dir voll und ganz recht. Deswegen habe ich mir das Ding auch geholt. Mega geil. Echt fette Kiste. So, ich habe jetzt noch gar nicht in den Shop reingeguckt. Ich lasse mich jetzt absolut überraschen. Keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommt. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Okay, ja, der ist ja noch da, der Hotride. Er ist ja noch da. Logisch, klar. Also, wir sind ja noch hier beim, 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 also nach wie vor, haben wir ja gestern schon gemacht, wer die Bewertung davon sehen will, Stage Slayer, finde ich ganz cool und so weiter hier, das haben wir ja alles gestern schon gehabt. Der Hotride, von dem eben gerade gesprochen wurde, das ist der hier. Ich mache es nochmal auf das Ding. Ich als absoluter, als, 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 zurück in die Zukunft DeLorean Fan, ja. Ein DeLorean, na klar, etwas mit Stil. Jetzt werde ich etwas mit Stil in den Battleground rein schweben, reingleiten. Ha, mega geil. Freue ich mich schon riesig drauf. Ein bisschen schade, dass es nicht der graue Wahre ausdrückende Zukunft, aber super fettes Teil. Und ich bin auch schon hammerstolz drauf und freue mich auch schon riesig drauf, wir werden sofort dann gemeinsam in die, ja, Battles rein zu schweben. Coole Sache. So, was haben wir denn jetzt? Wie, oh, zwei neue Emotes, geil. Dann gucken wir mal hier, ähm, einmal der Brilliant Striker. So, das ist erstmal, äh, ja. Ja, sieht ja, ja, ist jetzt nicht so der, der Oberbringer, nichts absolut Außergewöhnliches. Sieht aber auch nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Dem Ding kann man schon nochmal 5 von 10 Punkten geben. Ja, mehr, mehr, mehr kriegt er nicht, mehr ist er nicht wert. So, jetzt gucken wir mal hier rein in den, ähm, Hitchiker, mal schen, äh, mal schen. Mal schen, wo ich die, 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 die Hitchiker, so. Gucken wir mal da rein. ja mega fettes teil also gerade wenn man mit dem auto oder was weiß ich mit einem einkaufswagen unterwegs bist also dann kann sich der andere hinstellen und kann den hitchhiker machen hier kommen baby lad mich ein nämlich mit auf deine reise zum nächsten gegnerischen team fett finde ich ganz cool also die idee finde ich ganz nice und nehme ich acht von zehn das ding ist ein von zehn wert ein ganz normaler gleiter in rot juhu dann aber die empire x finde ich relativ cool gefällt mir ganz gut das ding schon mal gesagt irgendwie empire x bilder empire dem gebe ich das eigentlich ist eine coole coole picke dem gebe ich sieben von zehn aber ihr neidleid ja ich weiß ja was ich davon halten soll sieht nicht so schlecht aus das ding aber auch da wiederum ist halt heiß als wäre auf drogen never afraid of the dark part of the neon glows hat dem ding gebe ich fünf von zehn jetzt kommt noch ein weiterer neuer im und ich habe noch nicht gesehen ich habe selbst noch nicht gesehen ich weiß nicht was das ding kann my idol mal gucken ja das ist wohl ein skin den ich den ich mir wahrscheinlich besorgen muss sollte ich mal einen kampf wobei in letzter zeit überlebe ich mehrere kämpfe auch schon mit dem herrn sofort zusammen aber sollte ich einen kampf stehend überleben dann und der herr sofort hat wieder keine ahnung zwei squads oder so zerlegt und hilft mir ein hoch dann müsste ich eigentlich den hier machen ich muss mich da kann da brauche ich das nicht mehr in real life zu machen ich verneige mich ja des öfteren vor dem herrn sofort wenn er da was er da teilweise für aktionen reist ja da kann ich das virtuell machen brauche ich gar nicht mehr aufzustehen deswegen also insofern ist das ding schon mal relativ nice und der kriegt auch von mir acht von zehn und muss mal schauen ob ich mir das ding sogar auch hole ja das ist der heutige shop und wenn es euch gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare ihr seht ja die kommentare werden immer berücksichtigt und immer und wenn jetzt nicht jeden kommentar mit reinbringen aber aktuell ist es ja noch relativ überschaubar was die kommentare haben und insofern passt das schon ganz gut und ja abonniert den kanal weil sie es noch nicht getan haben solltet wir wollen ja mal irgendwann noch weiter nach oben kommen und das wäre natürlich super wenn ihr wenn ihr uns dabei helfen würde dann uns begleiten würde dann auf unserem weg ja und schaltet das nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt fortnight news mit mir nehmen wir gleich oder fortnight action mit dem herrn sofort macht's gut bis dann und tschüss